In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man verketterte Funktionen mit Hilfe der linearen Kettenregel ableiten kann. Diese Regel ist nur im Rahmen des Basisfachs Mathematik bzw. Fachhochschulreife anwendbar. Für den Leistungsfach sieht die Wahrheit ein bisschen anders aus. Ein passender Tutorial dazu findet ihr entweder oben rechts unter der I-Punkt oder am Ende im Abspann. Eine erste berechtigte Frage wäre, wann diese lineare Kettenregel überhaupt anwendbar ist. Na ja, wie der Name schon sagt, wenn es sich um verketterte Funktionen handelt. Übersetzt heißt das, diese Funktionen besitzen eine innere Funktion und eine äußere Funktion. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass ihr in der Lage seid zu erkennen, was eine innere und was eine äußere Funktion ist. Deshalb schauen wir uns jetzt die üblichen Funktionstypen an und versuchen genau das an dieser Funktion zu identifizieren. Als erstes die ganz rationalen Funktionen. Ich glaube, hier ist es ein bisschen einfacher zu erkennen. Das, was in der Klammer steht, ist natürlich die innere Funktion und die Klammer mit der hoch 4 ist natürlich die äußere Funktion. So ähnlich sieht es auch bei den gebrochen rationalen Funktionen aus. Mit der kleinen Ausnahme, man muss hier in diesem Fall immer zuerst ein bisschen umformen. Das bedeutet, wir ziehen die Klammer aus dem Nenner oben einen Zähler hoch. Und dabei kriegen wir eine negative Hochzahl. Und nach dieser kleinen Umformung, glaube ich, auch sehr gut erkennbar, 4x-2 ist die innere und außenrum haben wir die äußere Funktion. Ähnlich sieht es auch bei den Wurzelfunktionen aus. Zur Erinnerung, die Wurzel ist eine rationale oder Bruchhochzahl. In diesem Fall, normale Wurzel ist immer hoch 1,5. Deshalb, nach der Umformung, auch hier, glaube ich, gut erkennbar, dass 3x-6 die innere Funktion ist. Außerdem haben wir noch trigonometrische Funktionen. Das bedeutet Sinus- und Kosinus-Funktionen. Hier, meiner Meinung nach, auch sehr leicht erkennbar. Das, was in dem Sinus oder Kosinus drin steckt, also in diesem Fall 2x-Pi, ist die innere Funktion und Sinus die äußere Funktion. Und bei der natürlichen Exponentialfunktion ist es sogar ein bisschen einfacher. Der Exponent ist immer die innere Funktion und die E-Funktion selbst ist dann die äußere Funktion. Ich denke, spätestens an dieser Stelle konnte jeder nachvollziehen, wieso diese Regel eigentlich Kettenregel heißt. Jetzt stellt sich noch die Frage, wieso sie lineare Kettenregel heißt. Ganz einfach, weil die innere Funktion immer eine Geradengleichung ist. Also, zur Erinnerung, eine Geradengleichung hat immer die Form y ist gleich zum Beispiel mx plus c oder mx plus b. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu der allgemeinen Kettenregel, wo die innere Funktion auch eine komplexere Funktion sein kann. So, jetzt, welchen Vorteil bringt diese lineare Funktion als innere Funktion? Naja, wenn wir versuchen sie abzuleiten, würde die innere Ableitung einfach nur m lauten. Also, mx plus c abgeleitetes m. Und wenn wir das Ganze jetzt auf ein Beispiel beziehen, zum Beispiel habe ich hier eine Geradengleichung mit 2x minus 5. Das heißt, wenn wir diese Gerade hier ableiten, ich schreibe jetzt einfach dafür y', dann lautet die Ableitung einfach 2. Also, entweder leitet ihr ganz normal ab, 2x minus 5 abgeleitetes sind 2, oder ihr liest einfach diesen Faktor vor dem x. Das ist dann die innere Ableitung. Welche Vorteile diese vereinfachte Sichtweise mit sich bringt, sehen wir gleich anhand der Formel. Die Formel wird beim ersten Blick für den einen oder anderen vielleicht seltsam aussehen, aber ist sehr leicht anzuwenden. Also, schauen wir uns das Ganze erstmal ein bisschen genauer an. Wir haben verkettete Funktionen. Eine allgemeine verkettete Funktion kann man auch so darstellen als u von v von x. Wobei hier u die grüne Funktion, die äußere ist, und logischerweise v von x die rote, die innere Funktion ist. Wir haben bereits gesagt, wir wollen ja die lineare Kettenregel anwenden. Also können wir davon ausgehen, dass die innere Funktion immer eine Geradengleichung ist, wie wir gerade vorher besprochen haben. Wenn das der Fall ist, dann können wir nach folgender Regel ableiten. Und zwar, diese innere Ableitung, dieses m, kann man einfach nach vorne ziehen und da nur noch die äußere Funktion ableiten. Um das besser jetzt zu verstehen, schauen wir uns ein paar leichte Beispiele an. Also, als erstes diese Funktion hier, f von x, ist gleich, Klammer auf, 2x minus 5 hoch 4. Wir haben ja bereits gesagt, wir fangen mit der inneren und ziehen dieses m nach vorne. Das m ist in diesem Fall dieser 2. Also wir können dann schreiben, f' von x ist gleich 2 mal. Und jetzt kommt die Ableitung der äußeren Funktion. Also wir müssen diese Potenzklammer ableiten. Das bedeutet, die 4 geht nach vorne. Dann wird die Klammer unverändert abgeschrieben. Also bei der äußeren Ableitung lässt hier bitte die innere Funktion in Ruhe. Und die neue Hochzahl, wenn wir 1 abziehen, ist natürlich hoch 3. Außerdem können wir, wenn möglich, und meistens ist es möglich, diese Funktion auch ein bisschen noch zusammenfassen. Damit meine ich, 2 mal 4 sind 8. Also 8 mal diese Klammer wäre dann die Ableitung dieser Funktion. In einem weiteren Beispiel habe ich mich für eine trigonometrische Funktion entschieden. Also auch hier klar, was die innere Funktion ist. Und die innere Ableitung ist diese 4 dann. Entsprechend können wir dann schreiben, dass die 4 nach vorne geht. Und Sinus abgeleitet ist natürlich Cosinus. Dann werden wir einfach 4 mal Cosinus von 4x plus 1. Und bei den Exponentialfunktionen sieht es genauso einfach aus. Also die innere Ableitung, die nach vorne kommt, ist natürlich dieser 2 vor dem x. Also entsprechend können wir dann sagen, f' von x ist dann 2 mal, und zur Erinnerung, die e-Funktion bleibt beim Ableiten immer gleich. Das bedeutet, wir schreiben einfach nur diesen Term ab. Und das wäre dann die lineare Kettenregel bei dieser Funktionstippen. Natürlich schauen wir uns jetzt auch ein bisschen komplexere Aufgaben an. Und die sehen beispielsweise so aus. Also die Aufgabenstellung lautet, leite einmal ab. Das machen wir auch. Als erstes musst du immer zuerst identifizieren, was diese innere Ableitung ist. Also in diesem Fall ist es die 4. Dann ziehen wir diese 4 nach vorne als erstes. Wir haben dann 4 mal. Dann wird dieser konstante Faktor, diese 1,5 mitgenommen. Und dann können wir die äußere Funktion noch ableiten. Das bedeutet, die 6 geht nach vorne. Die Klammer wird dann vollständig abgeschrieben. Und die neue Hochzahl lautet hoch 5. Am Ende nur noch zusammenfassen. 1,5 mal 6 sind 3. Also wir können praktisch diese 2 hier kürzen und die 6. Dann bleibt hier eine 3. Und 4 mal 3 sind dann entsprechend 12. Also haben wir 12 mal 4x plus 1 hoch 5. Bei der zweiten Beispielaufgabe müssen wir noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Das heißt, wenn die Variable unter dem Bruchstich ist, dann muss man natürlich diese Klammer jetzt nach oben ziehen. Und zur Erinnerung, wenn man einen Term aus dem Nenner im Zähler zieht, ändert sich dabei nur das Vorzeichen beim Exponenten oder bei der Hochzahl. Das heißt, die 2 bleibt jetzt erstmal eine 2. Die Klammer geht hoch. Und statt hoch 3 werden wir dann entsprechend hoch minus 3 haben. Nach dieser Umformung können wir natürlich so wie oben ableiten. Heißt, die innere Funktion ist wieder 4. Die kommt nach vorne. Dann wird die 2 abgeschrieben. Und dann kommt die Hochzahl, die minus 3. Die Klammer wird dann entsprechend wieder vollständig abgeschrieben. Und aufpassen bei den neuen Hochzahlen. Minus 3, minus 1 sind natürlich minus 4. Jetzt zusammenfassen. In erster Reihe könnten wir diese drei Zahlen hier miteinander multiplizieren. Ich habe dann einfach 4 mal 2 sind 8 mal minus 3 sind minus 24. Mal die Klammer. Und natürlich ist es empfehlenswert, dass ihr keine Terme mit negativen Exponenten da stehen lässt. Deshalb müsst ihr am Ende noch das Ganze ein bisschen sauberer umformen. Das heißt, die minus 24 bleibt oben ein Zähler. Und die Klammer mit der negativen Hochzahl können wir wieder unter den Bruchstrich bringen. Entsprechend haben wir dann unten stehen 4x minus 2 hoch 4. Die dritte Beispielaufgabe ist eine trigonometrische Funktion. Also hier an dieser Stelle eine Sinusfunktion. Auch hier zuerst die innere Ableitung identifizieren. Das ist natürlich die 2. Die wird jetzt nach vorne kommen. Das heißt, f' von x ist dann 2 mal Sinus abgeleitet. Das ist natürlich Cosinus. Und dann 2x minus Pi bleibt so wie es ist. Und bei der vierten Beispielaufgabe haben wir erneut eine Exponentialfunktion. Auch hier schauen wir zuerst, was die innere Ableitung ist. Also bei der Hochzahl können wir dann die 3 finden. 3x abgeleitet sind 3. Die 3 kommen nach vorne. Dann wird die 2 abgeschrieben. Und wie bereits vorher erwähnt, die e-Funktion, die äußere, bleibt sowieso immer gleich. Also zusammengefasst wäre das dann 6 mal e hoch 3x. Und zum Schluss noch ein paar interessante Aufgaben. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt die Regel verstanden, dann könnt ihr gerne an dieser Stelle auch auf Pause drücken. Zuerst selbst die Aufgaben lösen und dann mit meinen Ergebnissen vergleichen. Als erstes haben wir dann diese Wurzelfunktion und die muss man noch zuerst ein bisschen umschreiben. Und zwar in eine Klammer mit der Hochzahl 1,5. Zur Erinnerung, woher kommt eigentlich dieses 1,5? Na ja, ganz einfach. Erstmal unter der Wurzel steht eine unsichtbare Klammer mit hoch 1. Das ist dieser 1 oben Zähler. Und wenn nicht steht bei der Wurzel, dann ist es immer eine Wurzel zweiten Grades. Daher kommt dieser 2 im Nenner. Okay, jetzt zu der Ableitung. F-Stich von x ist gleich. Die innere Ableitung, glaube ich, ganz gut erkennebar, das ist diese 3. Die ziehen wir wieder nach vorne und dann leiten wir die Klammer ab. Das heißt, 1,5 kommt vor. Dann wird die Klammer unverändert abgeschrieben. Und die neue Hochzahl, wenn wir 1 abziehen, ist natürlich minus 1,5. Zusammenfassen heißt, erstmal könnten wir 3 mal 1,5 rechnen. Das sind natürlich 3,5 mal diese Klammer. Und weil die Klammer eine negative Hochzahl hat, ist es empfehlenswert, natürlich daraus wieder eine positive zu machen. Das bedeutet, wir bringen wieder diese Klammer unter dem Bruchstrich. Sieht dann so aus. Oben Zähler bleibt die 3. Im Nenner steht bereits die 2. Und zu dieser 2 kommt noch diese Klammer mit 3x minus 6. Und dann hoch plus 1,5. Und hoch 1,5 ist natürlich wieder eine Wurzel. Also am Ende würde der Term dann sauber so aussehen. 2 Wurzel aus 3x minus 6. Bei der Aufgabe 6 müssen wir natürlich den Nenner auch nach oben ziehen. Und hier gibt es eine kleine Falle. Man muss sich hier unten eine Klammer mit hoch 1 vorstellen. Erst dann kann man das Ganze richtig nach oben ziehen. Und dann haben wir 3 mal 4x plus 1 hoch minus 1. Entsprechend können wir dann wieder unsere Ableitungsregel anwenden. Die inneren Ableitung ist 4. Die kommt nach vorne. Dann wird die 3 abgeschrieben. Dann die Hochzahl. Minus 1 mal die Klammer. 4x plus 1. Und die neue Hochzahl ist dann minus 2. Wenn wir 1 abziehen. Das Ganze zusammenfassen. 4 mal 3 mal minus 1 sind entsprechend dann minus 12. Mal die Klammer. Und natürlich möchten wir auch hier eine positive Hochzahl haben. Deshalb ziehen wir diese Klammer wieder unter den Bruchstrich. Das Ganze sieht dann so aus. Minus 12 durch 4x plus 1 Klammer hoch 2. Bei der Aufgabe 7 fangen wir auch erstmal mit der inneren an. Die innere Ableitung, ein bisschen aufpassen, das ist jetzt verwirrend wegen der Reihenfolge, ist natürlich diese minus 2. Also die steht dann vor dem x. Die ziehen wir nach vorne. Dann wird die minus 3 abgeschrieben. Und dann können wir die Cosinus-Funktion ableiten. Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. von 4 minus 2x meine ich. Und jetzt geht es nur noch um Zusammenfassen. Also minus 2 mal minus 3 sind natürlich 6. Und vor dem Sinus haben wir auch noch eine minus 1. Also am Ende haben wir dann minus 6 mal Sinus von 4 minus 2x. Bei der letzten Aufgabe dann versuchen wir wieder. Als erstes ist die innere Ableitung zu identifizieren. Das ist die Zahl vor dem x, also in diesem Fall dieser 4 Drittel. Dann wird die 1 halb abgeschrieben und dann kommen die Hochzahl nach vorne. Also entsprechend haben wir wieder ein 6. Mal die Klammer. 4 Drittel x plus 1. Und die neue Hochzahl ist auch 5. Jetzt geht es nur noch um Zusammenfassen. 3 mal 2 hier unten im Nenner sind entsprechend 6. Also praktisch kürzen sich die 3 und die 2 mit der 6, die oben hier im Zähler steht. Dann bleibt ja nur noch eine 4 mal 1, natürlich 4 vorne. Und dann wird die Klammer abgeschrieben. Und damit haben wir auch die letzte Aufgabe fertig. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass ihr auch noch die Grundregel kennt, wie Potenzfaktor und Summregel beim Ableiten. Außerdem gibt es auch Weiterführungregel wie die Produktregel, auch in Zusammenhang mit dieser linearen Kettenregel. Dann die Verkettung von Funktionen spielt natürlich für dieses Thema eine wichtige Rolle. Es gibt eine rechnerische ohne grafische Verkettung und dann entsprechend noch die grafische Ableitung. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.